Holde Dame, holde her! Ja du, lieber Follower, lasst uns heute wieder was wagen und euch feierlich zum armen Ritter schlagen! Willkommen zu Schmecksolex Schnelle Küche! Hier gibt's einfache Rezepte für jeden Tag! Seid gegießt bei Lanzo Schmeck, dem armen Ritter Nummer 1! Hier dreht sich alles rund um die Themen Ernährung, Food Trends und um alles, was geschmackt hat! Na nu? Ritter Lanzo Schmeck, bitte öffnet das Tor! Dein Knecht, dein Knecht, schmachtet so sehr, dass ihr ihm was bereite, der werte Herr! Wer klopft und klingelt denn zu so später Stund? Ist es wohl wieder der sehr hungrige Sagerbund? Lasst ihn herein, damit er zünftig speise! Ist er doch ganz bestimmt müd und schlaff, macht er langen Reise! Der unerwartete Besuch ist nun da, doch die Vorratskammer leer, zeige ich euch heute ein Rezept, sehr schmackhaft und gar nicht so schwer! Er schallet die Posaune und holet das Brot! Denn groß ist des Knechtes Hunger und Not! Heute präsentiere ich euch ein klassisches Rezept, das sich wahrlich nicht vor heißen Waffeln oder Gapfen Kuchen verstecken muss! Es gibt heute nämlich Arme Ritter oder auch French Toast genannt! Also los geht's zur Resteverwertung! Für acht Arme Ritterchen benötigen wir ein altes Baguette in dicken Scheiben geschnitten oder, wie ich es jetzt nutze, vier Toastscheiben, vier Eier, 150 Milliliter Milch, was ungefähr einer halben Tasse Milch entspricht, Zwei Päckchen Vanillezucker, etwas Butter oder Speiseöl zum Braten, eine Zimtzuckermischung zum Bestreuen! Zunächst verquirlen wir die Eier und geben anschließend die Milch hinzu! Kein Muss, aber wer hat, kann in die Eiermasse ja jetzt noch ein bisschen Vanillezucker hineingeben! Normaler Zucker geht natürlich auch! Dann tauchen wir die Weißbrotscheiben in die Eiermilch, lassen das Brot die Masse schön aufsaugen und wenden die Brotscheiben! Wir erhitzen in einer Pfanne etwas Butter und brutzeln die Arme Ritter so auf jeder Seite, bis sie goldbraun sind! Ich glaube, einfacher geht's doch wohl nun wirklich nicht, nicht? Übrigens, Arme Ritter sind auch weltweit bekannt unter dem Begriff French Toast! So, die Arme Ritter sind schon fast fertig, rostig, ja, goldbraun, ja, genauso müssen wir sie haben, die kleinen Arme Ritterchen! Herrlich, ja, wie das schön duftet! Wir nehmen sie jetzt raus! Jetzt noch eine milde Gabe an die Arme Ritter! Wir bestreuen die Arme Ritter, nämlich noch mit einer Zimtzuckermischung! Und fertig sind sie, die Arme Ritter! Jetzt aber nix wie verspeisen und schleimigst deinen hungrigen, unangemeldeten Knechten, äh, 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 Entschuldigung, Gästen servieren! Heiß und fettig schmecken sie nämlich immer am besten! Mmh, mmh, wirklich schmackhaft, schön warm und weich! Ja, das Ei und die Vanille kommen gut durch! Darfst du vielleicht noch einen Ostfriesentee mit nem Wölkchen drin? Haha, eine wahre Wohltat für jeden Gaumen! Also erhebt nun eure Daumen! Hat euch mein heutiges Video gefallen, dann gebt doch gerne eine Lanze nach oben! Tritt jetzt feierlich dem Lanzo-Schmack-Ritter-Orden bei! Unterstütze mich dem armen Ritter, indem ihr ein Abo dalasset! Es kostet nix und ist nicht schwer! Dann freue ich mich schon jetzt auf eure Wiederkehr! Ahahaha, mit schmackhaften Grüßen! Oh ja, Lanze-Schmack! Verpasse keine Schmack-Tipps mehr und abonniere diesen Kanal! Aktiviere auch die Glocke, um in Zukunft wirklich nichts mehr zu verpassen! Schön euch bisweilen hier noch zu sehen Nutzet die Gelegenheit Und lasst euch keiner meiner Videos Mehr entgehen Schau hier, schau dort Vielen Dank für euren Support